Einen wunderschönen Tag. Wir befinden uns hier in Memli in der Innenstadt von Stendal. Wir unterstützen den Verkauf der Backen zum Sachsen-Handeltag 2022. Zum Konzept des Unternehmens könnte ich auch was dazu sagen. Ich werde gleich ein wenig auf das Thema Hohls eingehen, was neu in der Stadt ist, was es vorher in dieser Art und Weise noch nicht gab und werde zeigen, wie man eine Hohls zubereitet oder was wir darunter verstehen. Getreu dem Motto mit der Region für die Region beteiligen wir uns natürlich auch am Sachsen-Handeltag und geben dem Träger des Aktionspartners 10% auf den Einkauf einer Hohls. Wir sind gerade dabei eine Hohls für den Sachsen-Handeltag zu entwickeln. Ihr konntet live dabei sein und konntet einen kleinen Einblick gewinnen, wie eine Hohls zubereitet wird. Ganz zum Schluss, damit auch wirklich alle Geschmacksnuancen rauskommen, noch ein klein wenig Salz und Pfeffer. Guten Appetit!